Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elder Scrolls 6 Theorien und Diskussionen. In den Elder Scrolls Spielen, vor allen Dingen in Skyrim, gab es 10 Rassen, die man spielen konnte. Aber seid doch mal ehrlich, wie viele von den Rassen habt ihr tatsächlich gespielt? Bei mir persönlich sind es zwei. Ich habe fast immer einen Bretonen gespielt und hin und wieder dann nochmal einen Nord. Die anderen Rassen habe ich mir ja dann minder links liegen gelassen. Warum kann ich gar nicht so genau beantworten, denn vor allen Dingen die Kajid interessiert mich eigentlich sehr als Rasse. Aber ich bin trotzdem irgendwie bei den Bretonen wegen der Stadboni geblieben und bei den Norden, eben weil es Himmelsrand ist. Aber das ist schade, denn dadurch habe ich 80% der Rassen ja überhaupt nicht mitbekommen. Und genau dafür habe ich jetzt mal eine mögliche Lösung herausgefunden und möchte sich euch vorstellen, wie man eben die Leute dazu bringen kann, die einzelnen Rassen näher kennenzulernen. Nämlich rassenspezifische Questreihen. Ich stelle mir das so vor. Man wählt aus den 10, 11, je nachdem wie viele Rassen wir dann zur Verfügung gestellt bekommen und wo das Ganze spielen wird, Rassen aus. Und kann dann eben am Anfang mehr über die Vergangenheit und die Kultur seiner Rasse lernen. Das muss nicht direkt am Anfang sein. Aber es wäre schön, wenn man gerade als allererstes nach den Intro-Quests natürlich, man muss ja Gefangener sein und dann irgendwie wieder befreit werden oder sich selbst befreien. Vielleicht kommt auch irgendein Drache oder Meteor oder was auch immer. Auf jeden Fall sollte man danach dann die Möglichkeit haben, ein bisschen über die Vergangenheit seiner Rasse schon mal anzulernen. Noch nicht alles, aber zumindest ein bisschen was. Und nach und nach im Spiel werden dann immer mehr von diesen Quests eröffnet. Eben, man schreitet auf dieser Questreihe weiter fort und lernt dann tatsächlich etwas über die Kultur und die Vergangenheit. Dadurch kann man den Leuten mehr über die Rassen im Spiel beibringen. Das heißt, man hätte mehr Lore im Spiel. Und der Umfang wäre zumindest noch halbwegs überschaubar. Aber es wären halt 10 Questreihen, weil wir aktuell dann 10 Völker haben oder 11, wir wissen es halt noch nicht. Aber die Questreihen müssen ja nicht alle so umfangreich und ausgeprägt sein, wie zum Beispiel bei den Gilden. Es können ja einfach kleinere Questreihen sein, eben damit man nur etwas darüber lernt. Ein bisschen was Generelles zur Kultur, vielleicht ein bisschen was Näheres zur Vergangenheit in dem speziellen Gebiet, in dem man gerade ist. Eben genug, dass man ein Gefühl für die Rasse bekommt, die man gewählt hat. Denn wenn ich mir selbst mich angucke, habe ich zwei Rassen gespielt. Und es gibt jetzt durchaus Rassen, die ich noch interessant finde und die ich auch durchaus in Erwägung ziehe hin, um wieder mal zu spielen. Aber es gibt auch Rassen, die interessieren mich herzlich wenig. Wie zum Beispiel die Orks. Ich habe absolut keinen Grund, Orks zu nehmen. Sie sind einfach nicht meine Art Rasse. Aber dann hätte ich einen Grund, eben mehr über die Kultur zu lernen. Es heißt ja nicht, dass sie eine langweilige Kultur hätten. Ganz im Gegenteil. Die Orks haben durchaus eine interessante. Aber ich habe nie den anderen als gehabt, tatsächlich einen Ork als Hauptcharakter zu spielen und mit ihm 10, 20, 100 Stunden verbringen zu wollen. Aber nun, wenn man eine Rassenquest hätte, dann hätte ein mehrfaches Durchspielen endlich einen richtigen Vorteil. Denn man erlebt ja tatsächlich neue Quests, die man mit den anderen Rassen nicht erleben kann. Aber dann wird es garantiert die Leute geben, die sich darüber beschweren, dass sie beispielsweise mit ihrem Nord nicht die Geschichte der Dunkelelfen spielen können. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ohnehin die Frage. Soll der Content so stark aufgeteilt werden? Wir sprechen ja immerhin von 10 Charakteren, die man benötigt, um alles erleben zu können. Ist schon eine ganze Menge. Und es stellt doch sicherlich eine sehr hohe Hürde dar. Dass man erstmal diese Charaktere ja durchaus weiter leveln muss, denn man kriegt halt nicht am Anfang bereits die komplette Questreihe freigeschaltet, sondern erst im Laufe der Level. Daher bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee wäre. Grundsätzlich bin ich dafür, dass die Wahl der Rasse mehr Gewicht bekommen sollte. Beispielsweise indem NPCs die eigene Rasse wahrnehmen und darauf entsprechend reagieren. Ein Argonia hätte in Skyrim auch ganz anders behandelt werden können, als es jetzt der Fall war, wenn man als Spieler ein Argonia gewählt hat. Es gab ja nur lediglich ein ganz paar Kleinigkeiten, die natürlich anders waren. Aber im Großen und Ganzen hat es keine Rolle gespielt. Aber, naja, in Skyrim war das halt ein bisschen schade. Die Wahl der Rasse war dadurch größtenteils nur kosmetischer Natur. Und, naja, wenn Zendemax oder in dem Fall Vesta schon mal dabei sind, wirklich unterschiedliche Rassenboni wären auch in Ordnung. Könnte man ja mal darüber nachdenken. Oder, dass die Körpergröße der Rassen angepasst wird. Ein Waldelf darf auch tatsächlich mal klein sein. Also ein gefühlter laufender Meter. Und Nord darf auch mal dann entsprechend groß daneben aussehen. Das hat Tese erheblich besser gemacht als Skyrim. Aber grundsätzlich muss ich sagen, so cool diese Rassenquestreihen auch vielleicht klingen mögen. Ich würde mich doch dagegen entscheiden, sie ins Spiel zu bringen. Aber, das ist ja nur meine Meinung dazu. Ich habe euch jetzt beide Seiten dargelegt. Daher sagt mir doch mal, was ihr davon haltet, rassenspezifische Questreihen einzuführen. Eine Überleitung von Rassen zu kämpfen werde ich mir jetzt sparen, denn ich möchte keine Politik hierbei haben. Aber das Thema der letzten Woche waren Feinde, Gegner und alles, was einen angreifen konnte. Das Enemy Scaling. Wie sollen sich Gegner an den Spieler, beziehungsweise an das Spieler Level anpassen? Und dazu hatte ich euch diverse Sachen vorgestellt. Unter anderem, wie Skyrim das macht, aber auch wie ein oder zwei andere Spiele das angehen. Ich finde, die Gegner sollten weniger Gesundheit und Schaden skaliert werden, wie es in Skyrim fast ausschließlich der Fall war, sondern auch spezielle Fähigkeiten erhalten. Würde natürlich voraussetzen, dass das Kampfsystem des nächsten Tests nicht wieder so ein draufhaut Ding ist wie ein Vorgänger. Ich mag einfach nicht, wenn der Gegner im Endgame schwerer zu schlagen sind, einfach nur, weil sie mehr Gesundheit haben. Eine solche Art von Scaling bringt Probleme, vor allem was zum Beispiel Builds angeht. In Oblivion war das am schlimmsten. Wenn man da zu schnell oder falsch gelevelt hat, wurde man von den Gegnern extrem schnell geplättet. In Skyrim ist das zumindest in Teilen so, weil elementare Dinge wie Ausweichen fehlen. Fazit. Skalierende Gegner ja, aber bitte vor allem durch mehr Hirn statt mehr Gesundheit und Schaden. Und da muss ich Blaumeise absolut zustimmen. Eine Skalierung an reinen Zahlen ist einfach nur langweilig. Es ist das, was Spiele eigentlich seit jeher machen und was auch sicherlich in gewissem Maße okay ist. Aber es geht halt einiges dadurch verloren. Es macht keinen Spaß, einen Gegner zu schlagen. Das ist grundsätzlich auch mein Problem mit immer wieder MMOs gewesen zwischen Normal und Hard Mode, Heroic Mode, Mythic Mode, was auch immer Mode. Sucht euch einen Namen aus. Wenn tatsächlich nur die Gesundheit zum Beispiel verdoppelt wird, dann ist der Encounter einfach nur langweilig geworden. Weil man einfach dieselbe Rotation, dieselben Mechaniken hat, nur eben doppelt so lange. Das ist für mich auch nicht gerade das Sinnvollste, was man an Scaling machen kann. Und daher bin ich da ebenfalls für, dass man andere Fähigkeiten in der Skalierung mit einbeziehen sollte. Zum Beispiel, man hat einen Jogger, der auf Level 1 Fähigkeit 1 zur Verfügung hat. Auf Level 5 kriegt er eine Fähigkeit 2 dazu, auf Level 10 kriegt er eine Fähigkeit 3 dazu und so weiter und so fort. Da würde natürlich das Skyrim-System mit den verschiedenen Typen auch noch mit reinspielen. Sprich, Level 1 ist ein Jogger, Level 2 ist ein höherer Jogger. Ich habe den Namen vergessen, Mist. Dann gibt es irgendwann einen Todesfürsten, etc. etc. Das wäre genau das, was ich auch haben möchte. Weil dann hat das Leveln auch tatsächlich... Man hat etwas davon. Denn man schallt dadurch, dass man levelt, Gegnertypen frei. Klar, das ist jetzt nicht die Art von Level-Belohnung, die man vielleicht in erster Linie im Kopf hat, wenn man an Level-Belohnung denkt. Aber es ist etwas, was das Spiel auf jeden Fall interessanter gestaltet. Denn man hat tatsächlich einen Anreiz zu leveln. Aber, ja, es gibt hier auch noch andere Meinungen dazu. Und da möchte ich ebenfalls auf eine eingehen. Und die kommt von Maximilian Schmidt. Ich würde eine Mischform vorschlagen. Jeder Gegner hat sein eigenes Level. Zum Beispiel ist jeder Bandit level 5. Und jeder Banditenanführer level 30. Diese Gegner tauchen überall in der Welt auf. Hierzu kommen jedoch noch ein paar weitere Punkte. Erstens, jeder Gegner hat ein Scaling, welches jedoch nicht 1 zu 1 ist. Dies kann von Feind zu Feind auch unterschiedlich sein. Ein Beispiel. Du bist level 10 und triffst einen Banditen, welcher ein Grundlevel von 5 hat. Oder ich sag mal ein Scaling von 30%, da es ein schwacher Gegner ist. Also hat er Level 8. Also 5 plus 30% von 10. Hieraus kann man zum Beispiel auch Gegner resultieren, der immer stärker ist als du, wenn sein Scaling 1 zu 1 ist und er sein Grundlevel über 1 hat. Zweitens, mit den verschiedenen Levelgrenzen schalterst du, wie auch in Test 5 Skyrim, neue Gegnertypen frei, welche nun spawnen. Drittens, es sollte bestimmte Dungeons oder Instanzen geben, in denen schon von Beginn festgelegt ist, welche Gegnertypen spawnen. Übrigens spawnen mit N. Es sollten zum Beispiel im letzten Gebiet der Hauptquests nicht nur schwache Gegner geben, nur weil ich die Hauptquests mit Level 12 abschließen will. Selber schuld, wenn du den Weltenfresser nicht mit Level 8 schaffst. Und viertens, ich hoffe, dass man nicht zu kompliziert erklärt und anschaulich genug. Ich denke mal, es war anschaulich genug. Zumindest ich habe es verstanden. Und die Mischform ist natürlich das, was man dann immer angehen kann. Ist gar nicht so eine doofe Idee, gerade mit den Scaling-Typen. Dass gewisse Gegner ein gewisses Level haben und dann überall in der Welt verstreut sind. Das macht das natürlich interessant. Das ist ja die Art, die Survival-Spiele machen. Du kannst im ersten Gebiet, in dem du dich befindest, wenn du halt zufällig in ein falsches Gebiet geworfen wurdest, gibt es ja auch, dass man einen random Startpunkt hat, dass man plötzlich einen Gegner hat, der 100 Level über einem ist und man nicht den Hauch einer Chance hat. Klar, man muss ihn nicht angreifen und wenn man Glück hat, dann greift er einen vielleicht auch nicht an, wenn man als so kleine Level 1-Mickrige, was auch immer, darum steht, keine Gefahr ausstrahlt. Dann hat man manchmal Glück. Aber ja, ich finde das gar nicht schlecht, dass man sagt, es gibt Gegner, die ein festes Level haben. Ich würde jetzt tatsächlich den Schritt weiter gehen. Und wie in Survival-Spielen so machen, es sollte für mich auf jeden Fall auch Gegner geben, die ein Level haben, das ich am Anfang definitiv nicht schaffen kann. Mag sein, dass man es mit einer cleveren Taktik schaffen kann. Aber, naja, in den meisten Fällen wird man es nicht schaffen. Das gab es in Skyrim ja durchaus auch. Es gab Gegner, die hatten ein festes Level. Und ich denke, es war schön, wenn man die gefunden hat, auch wenn es hin und wieder sehr frustrierend war. Das mit den verschiedenen Gegnertypen würde ich auch hier wieder komplett unterschreiben. Das ist das, was für mich am interessantesten ist und das, was für mich essentiell ist für ein solches Level-System und was ich auf jeden Fall ausgebaut haben möchte. Und ja, klar, wenn man den dritten Punkt da noch mit reinnimmt, dass es Dungeons gibt, die einfach einen festen Wert haben, super. Dann kann man im ersten Gebiet zum Beispiel in ein Level, in einen Dungeon kommen, den man einfach nicht schafft. Die Gegner sind vielleicht schon Level 50. Aber dann hat man auf jeden Fall einen guten Grund, wieder in diese Region zurückzukehren, wenn man schon ein höheres Level hat. Dadurch kann man halt die Wiederspielbarkeit der Welt ein bisschen erhöhen. Daher sehr gerne. Einen dritten Kommentar habe ich noch für euch, bzw. ein dritter Kommentar habe ich hier noch, der mir geschrieben wurde. Und den möchte ich auch noch kurz vorstellen. Er kommt von Timbo Heinze. Es ist eine sehr schwere Entscheidung. Levelbereich allein finde ich nicht gut. Bestes Beispiel, World of Warcraft. Jedes Mal, wenn man neu anfängt, macht man dasselbe Gebiet und dieselben Quests. Ich finde es gut, wenn die Gebiete mitleveln. Was heißt, du hast die Wahl für Gebiet A, B oder C. Wenn du mit A beginnst, dann hat dieses ein Level von 1 bis 20. Wenn du dann in ein neues Gebiet gehst, hat dieses dann einen neuen Levelbereich, damit du noch gefordert wirst. Gegner sollen, so wie in Skyrimider, fast schon bleiben. Sie sollen mitleveln und sobald sie ihr Maximum erreicht haben, soll eine neue Art des gleichen Gegners kommen. Oder gar eine neue Art von Gegner. Ich fand es schon nach einer Zeit langweilig, als wir geschätzte 10 Drogger, äh, auf richtig geschrieben, hatten. Nee, nicht ganz richtig geschrieben, aber fast. Geht schon mal in die richtige Richtung und ich weiß ja durchaus, was du meinst. Es gibt da noch einen weiteren Punkt, den man beachten sollte. Denn es macht schon Sinn, dass man immer wieder auch diese Standard-Gegnertypen mit dabei hat. Denn der Charakter, den man ja levelt, der soll sich auch irgendwo mächtig anfühlen. Sonst wirkt das ganze Spiel wie ein Riesenbrett oder wie ein Dark Souls-Spiel. Es gibt natürlich gewisse Spieler, die mögen das. Da gibt es sogar relativ viele, glaube ich. Das Souls-Genre, wenn man das so nennen kann, ist ja durchaus ein erfolgreiches. Aber ich finde, es sollte auch wieder kleinere Gegnertypen geben. Wenn ich als Drachenblut schon level 50 bin, dann möchte ich auch hin und wieder einen level 1 Drogger vor mir haben. Oder einen Standard-Drogger halt. Denn den kann ich one-shotten. Das fühlt sich doch als Spieler richtig cool an, wenn man das geschafft hat. Da hat man tatsächlich das Gefühl, etwas geschaffen zu haben. Äh, geschafft zu haben. Man hat am Anfang auf level 1 aufpassen müssen, durch die Gegend schleichen müssen. Oh, kann ich jetzt den Drogger überhaupt besiegen? Und auf level 50 mähst du einfach so durch die Gegner durch. Das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall auch noch mit beachten sollte. Was ich hingegen etwas schwieriger finde, ist hier die Unterteilung in tatsächliche Levelgebiete. Ich denke an Elder Scrolls Spiele oder die Elder Scrolls Spiele an sich, mit Ausnahme von Teso eine ganze Weile lang, sind nicht dafür gedacht, dass es tatsächliche Levelbereiche gibt in einem Gebiet. Da möchte ich schon lieber die offene Welt haben und nicht nur die tatsächliche Festlegung auf einen Levelbereich. Naja, aber das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt natürlich gar nicht anderer Meinung sein. So wie zum Beispiel zu der aktuellen Diskussion mit den Rassenquests. Bin dann gespannt, was ihr mir dazu zu schreiben habt. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.